Hallo Leute, willkommen zu Episode 124. Ich habe seit drei Tagen keine Let's Plays mehr gemacht. Das lag einfach am Silvester-Stress. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Einsicht und es geht weiter. Wir sind jetzt so ziemlich im Endkampf in diesem dreckigen Totemannsruhe-Dungeon. Und wir gehen da jetzt gleich mal rein. Ja, alles nacheinander. Komm schon. Ah, da fällt mal ein. Da könnten wir theoretisch... Moment, wo ist der Knopf? Ich habe schon alles wieder vergessen. Das kann doch nicht sein. Unsere Wände mal ausprobieren. Ah, nehmen wir Flammenwand, oder? Komm schon, geht doch drüber. Ach, das war schon. Ich habe keine Wände mehr. Wie, ich habe keine Wände mehr? Willst du mich verarschen? Ich stirb jetzt. Willst du mich verarschen? Komm schon, verreckt an der Wand. Mist, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein großes Problem. Ähm, am, am, bam, bam, bam. Feuer, du bist so. Und jetzt rennen. Rennen, verdammt. Mana, mana, mana. Nein, nein. Verreckt doch. Oh. Nein. Oh, Bitch, ey. Oh, nein. Das ist ein stärkerer. Oh. Oh. Matrix ausgewichen. Dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Ja, aber ich schwör dir, ich krieg dich. Hast du irgendwas dabei? Nicht besonderes, ne? Wehe, du benutzt gleich nochmal Magie. Ich hasse dich. Benutz nie wieder Magie. Hör auf. Oh, er hat Magie angelegt. Oh. Tot ist er. Ich hoffe, alle sind tot. Ich glaube, auch meine Tusse ist tot. Wo ich wieder den Namen vergessen habe. Heilen, 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 heilen. Passt. Optimal. Frostblitz. Da. Okay. Noch mehr ausnehmen. Immer mehr. Ja. Ah. Seht ihr? Da liegt sie. Tja. Scheiße gelaufen für sie. Egal. Hol ich mir einen neuen. Gibt ihr genug, die mir folgen wollen, glaube ich. Na, was geht bei dir da oben? Es ist Zeit. Was für Zeit, Digga. Was treibt der? Verreck. Muss ich dem helfen? Ich verstehe gar nicht mal, wer das ist. Ey, fährt doch mal auf, den zu schlagen, Mann. Was ist denn bei dem los? Noch jemand da? Ich merke gar nichts. Was geht bei dem ab? Oh, der hat viel Gold dabei. Ich will viel Gold. Wisst ihr, was Gold ist? Gold ist fucking Gold. Kann man verkaufen. Ne, kann man nicht verkaufen. Außer du tauschst gegen Gold. Aber, ne. Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, König Olaf. Ey Olaf. Alles klar bei dir. Warum kannst du dich nicht bewegen? Willst du nicht angreifen, hey? Oh, oh, kann er nicht. Ist er gleich tot? Was für Fußroh da, Digga? Halt die Klappe. Wo ist er hin? Da. Haha. Schatzkammer. Gibt's hier noch was? Ne, ne? Oh, ist das ein Wort der Macht? Woo. Wir haben ein Wort der Macht. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Wort der Macht gelernt. Raserei. Wirbelwirdsprint. Finde, die Energiequelle ist abgeschlossen. Ja, das wird ja auch langsam Zeit hier. Ich mein, wie lang will man das denn durchziehen? So. Ich würd sagen, wir... Äh, hier machen das dann auch direkt mal. Wenn ich den Scheiß jemals finde. Wirbelwirdsprintseele benutzen. Mal gucken, ob ich einen Unterschied feststellen kann. Mal von hier runter, hä? Go. Was? Na! Hm. Kann es sein, dass es jetzt weitergeht? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wirklich erkennen. Ich weiß gar nicht, wie weit es vorher ging, deswegen... Nutz los, nutz los. Eisentür ist offen. Oh, hier ist noch eine Truhe. Soll mir recht sein. Ich mag Truhen, wie ihr vielleicht wisst. Ich liebe sie. So sehr. Jede Nacht. Egal. Gibt es noch irgendwas? Oh. Das hätte jeder andere vielleicht übersehen. Aber ich doch nicht. Ich schaue überall, wo Gold ist. Oh yeah. Oh yeah. Geh mal weiter, hä? Beziehungsweise wahrscheinlich geht es hier eh raus. Ah, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Yeah. Yeah. So muss das gehen. Zack. Endgegner. Zack. Stufe aufgestiegen. Der müsste immer ein Level abgeben. So müsste es sein. Äh, so. Was mache ich? Mache ich wirklich auf Zerstörung? Ne, ne, Beschwörung. Da war doch irgendwas. Wollten wir irgendwas machen? Bin ich mir sicher. Nein? Wir haben nicht genug Punkte drin. Ja, oder nicht? Zerstörung. Wie sieht es bei dir aus? Ah, man kann noch mehr auf Feuer. Frostzauber. Upsala. Feuerzauber. Mehr Schaden. Wie sieht es damit aus? Bla, bla, bla. Oh, kostet weniger. Ich weiß gar nicht, ob wir schon Expertenzauber überhaupt haben. Und da ich die eh gerade weniger benutze, aber immer Feuer eigentlich, mache ich mal noch eins auf Feuer. Und dann war es das auch für Level 22. Mal gucken, wo es weitergeht. Oh, da ist noch Gold. Dass ich sowas übersehen hatte. Hier liegt bestimmt noch irgendwo. Nein? War ich gerade blind? Ach, ich bin immer blind. Normal, ne? Eine Uhr, ne? Jawohl. Was ich alles nicht gesehen habe. Unglaublich. Bin ich ja gar nicht von mir gewohnt. Himmelsrand. Ich glaube, ich gehe wieder zurück nach Winterfest, um wieder alles abzulegen. Bevor man noch Millionen Waffen findet. Immer noch ein ziemlich cooler Hammer. Ich glaube, das ist ja Orkische. Ja, das kann sein. Doch, durchaus möglich. Dann frage ich mich, was wir als nächste Quest machen. Vielleicht latschen wir mal irgendwann so wieder. Sollten wir mal durch eine Stadt latschen und ein paar Quests aufsammeln. Langsam gehen uns die Quests auch wieder aus. Gibt bestimmt noch ein paar Geile. Alter, sieht er aus wie Alien. Aber mal ohne Scheiß, was sind das für Viecher? Das sind doch voll die Missgestalten. Mann, Mann, Mann. Das sind so Glöckner von Notre-Dames. Fallmeer. Ja, ja, ja. Mit einer Glatze, verdammt. Glatze! Was sind das für Rüstungen mit irgendwie 10 Millionen Augen auf dem Helm? Und auf den Waffen auch. Was ich immer noch nicht verstehe. Hey, wartet mal, wo ist eigentlich unser Pferd? Ja, wahrscheinlich im Stall. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Wenn nicht, dann bin ich gebumst. Aber hart. Richtig hart. Stufe 22. Das ist so lächerlich. Wir spielen schon so lange und erst Stufe 22. Ehrlich? Ehrlich? Das ist doch hart, ey. Hart. Komm schon, komm schon, Truhe. Truhe muss zur Truhe. Ich liebe Truhe. Hm. Ich frage mich, ob jetzt die Pflanzen schon derweil nachgewachsen sind. Ich glaube, die wachsen gar nicht mehr nach irgendwie, weil die nie wachsen. Da war irgendwas. Lauch. Lauch ist nachgewachsen. Und hier. Da auch, ne? Hänge muss. Na, ich glaube, das hing schon die ganze Zeit da. Ach, egal. Die wollen mich doch alle verarschen. Ganz einfach. Was ich durchaus verstehen kann. Wer will mich schon nicht verarschen? Verarschen ist doch geil. Genauso wie Stab der Korruption. Ups, den wollte ich aber nicht anlegen. Amulett von Mara. Goldener Smaragdring. Der war irgendwie mehr wert, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich habe mich verguckt, als ich gesehen habe, dass er 700 wert ist. Aber anscheinend ist er so viel wert. Ja. Ablegen. 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 Habe ich noch irgendwas Unnützliches dabei? Alles zum Beispiel. Hallo? Geh doch weg. Ah, wie viele? Wow, wie viele habe ich denn bitte gefunden? Ja, ein paar von denen noch. Zu viele Bücher. König Olafs Vers. Egal. Questobjekt. Warum, was soll ich damit noch groß machen? Ha. Ignorieren. Ah, genau. Ignorieren. Die wollen, dass ich das ignoriere. Nicht schlecht. Haben sie gut hinbekommen. Denn ich tue es. Ah, die kann ich ja immer noch nicht ablegen. Und wieder bei 34 unten. Und wir haben immer noch sehr wenig Geld, aber die Truhe voll. So muss das sein, würde ich sagen. Was geht bei dir ab? Wer bist du? Okay. Du bist mir scheißegal. Weißt du, wer mir noch egal ist? Jeder. Wer ist jeder? Jeder ist jeder. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schuhe der Magie. Wohin geht's da eigentlich? Ah. Ich hatte ja mal Zerstörungslehrer gesucht. Ein Kuppel hat gesagt, bei dem ist sie immer in der Halle der Bekräftigung. Wobei ich halt nicht wirklich weiß, wo die ist. Deswegen ist mir das gerade auch egal. Ja, das habe ich noch nicht. Wie sieht es aus in verschiedenen? Findet das Schwert des Roten Adlers? Könnte man machen. Ich schätze, das wäre eine gute Idee. Wo ist Rote Adler? Wo ist Rote Adler? Rotere Adlel. Düster Windklippe? Ne, ich denke, ich gehe mal hier hin. Ja, ich denke, das passt schon. Die alten, längst ausgestorbenen Dwemer erschufen unzählige Rätschaften. Wie? Die sind echt komplett ausgestorben? Na, die kommen bestimmt irgendwann noch. Irgendwann? Ich sag's dir. Vielleicht durch die Zeitreisen? Keine Ahnung. Wenn die sowas erschaffen haben, können die auch eine Zeitreisemaschine bauen. Also ehrlich. Wenn nicht, dann bin ich echt enttäuscht von den Dwemann. Oh, mein Pferd ist wieder da. Geiler Shit. Nehme ich einfach mal mit. Ich weiß noch, das habe ich hier mal alles so hingelegt. Weil ich keinen Platz mehr hatte. Egal. Wow. Warum sind der Gegner? Warum sind der Gegner? Alter. Die vervielfachen sich immer. Oh, fuck ey. Hallo? Ich treff dir nicht. So, wo ist der andere? Ich schwöre, da war einer. Ey, bleib mal ganz locker hier. Ganz locker bleiben. Ich mach dir schon nichts. Außer töten. Getroffen. Nicht getroffen. Immer noch nicht getroffen. Jetzt aber. Komm schon. Hab dir nichts zu bieten, hä? Wow. Wow, ich hab falschen Zauber drin, Digga. Oh, shit, 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 shit. Shit, shit. Nein. Ich will nicht sterben. Nein, wie kann man nur so in der Falle sitzen? Wie kann man nur so in der Falle sitzen? Ja, ich bin tot, ne? Nice. Very nice. Hab ich gut hinbekommen, oder? Würde ich schon sagen. Ein erfolgreicher, mächtiger Angriff kein Gegner zurückstoßen, wenn dieser nicht blockt. Bam, bam, balabam, bam, bam, bam. Was ist das eigentlich für ne? Egal. Ach, ich bin wieder hier. Ja, egal. Kann ich einfach hinreißen, ne? Äh, da. Klasse. Klasse. Echt klasse. Egal, dann beende ich jetzt die Episode hier und mach nächste Episode. Und so weiter hier mit diesem Gemetzel da. Ist ja unnötig. Unnötig. Sag ich euch. Gut, dann sag ich mal auf Wiedersehen. Und ciao.